Yo Freunde, bevor das Video anfängt, checkt uns auf Twitch ab, Black Bros Gaming, erster Link in der Beschreibung. Wir streamen jeden Tag, wirklich jeden Tag um 18 Uhr auf Twitch. Kommt auf jeden Fall rein, checkt das ab zu Wild Jungs. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns auf Twitch um 18 Uhr. Haut rein, peace. Let's go, Digga, dann muss es reingehen. Dieser Dacia Tela, Dacia Tela, ist das in Polo oder so? Dacia Tela, Dacia Tela, Dacia Tela. Ja, steht doch mal. UK, UK. UK? Guck gleich. Ich kenne den nicht. Das ist Massaker. Guck dir den alles an. Ich kenne den nicht, ich habe noch nie von den gehört. Ich bin gespannt, Digga, ehrlich. Noisy, Jesus, Dacia Tela, alle drei verschiedene Sprachen, Digga. Geht das auch rein, ist die Frage. Ja, das muss reingehen. Das ist auf jeden Fall wilde Mischung. Albaner, Engländer und Deutscher, ne? Let's go. Was ist das für ein Stadien, Alter? What the fuck? Sieht aus wie England, Digga. Ja, ja, wollte ich auch sagen. Oder ist das für ein Stadion, Alter? Ne, ne, ne. Was ist das für ein Stadion? Nee, das ist nicht England. Das kann nicht England sein. Ich glaube, das ist Albanien. Was war das für ein Haus? Englisch? Anscheinend. Hä? Aber was war das für ein Haus? Hast du es gesehen? Was? Dieses Gebäude war drauf, ja? Ja, ja, Digga. Was ist das, Alter? Wo ist der in Beckerstadt? Ist der? Was ist der in Albanien? Sei? Ist er echt in Albanien? Moskau? Hä, wie kommt er auf Moskau? Hä, ist er in Albanien? Er rappt auf Englisch? Er rappt, ich schüre auch alles, ich habe noch nie. Ich wusste gar nicht. Das ist der Dacia Belli. Hä? Das ist Treggler, ja. Okay, krass. Ich wusste gar nicht, was er auf Albanisch rappt. Englisch. Äh, Englisch rappt. Da kann das halt, ne? Da ist er noch nicht. International, der Junge. Ja, Digga. Ja, Digga. Der Garso ist da, ne? Aber ehrlich, Gis ist auch einer der täuscht. Gis ist auch ein krasser Rapper, ehrlich. Ja, der täuscht. Gis ist auch nice, Digga, ne? Sehr selten, Digga, ehrlich. Sehr nice, Digga. Wie hart diese Welt ist, ist alles ne Frage des Geldes. Links, rechts, kommt wie der Barkeeper. Hast du gehört? Fällt Sinn. Jetzt wird er sagen, Fällt. Auf jeden Fall, er hat gesagt, wie hart diese Welt ist, ist nur ne Frage des Geldes. Ja, oh. Für alle, die sich verstanden haben. Für alle, die sich verstanden haben. Stimmt doch, Redog. Wie hart diese Welt ist. Je mehr Geld du hast, desto einfacher ist alles für dich, ne? Du kannst alles klären und so, Digga. Hat er recht. Fällt mir leid, du hast Gazi zur Party bestellt. Also, wo ist? Kommen wir vor wie ein reicher Albaner. Take off Hamburg, Maybach, Tirana. Wuuuuh. Kommen wir vor wie ein reicher Albaner. Nice, Digga. This is all done, ne? Ehrlich. This is echt ein nicer Rapper. Auch ein geiler Lambo an dieser Stelle, Digga. Ich dachte, er sagt, du bist einfach Eta. Irgendwie sowas. Scheiße, was. Schade, schade, schade. Wäre auch nice, Digga. Boah. Das match, Alter. Das ist schon wild, ne? Digga. Wow. Also, ich weiß nicht, wer von euch gerade mit Kopfhörern hört, ne? Aber, Digga. Das geht das düstere, Digga. Das liebt das düstere. Das liebt das düstere. Auf jeden Fall an Dacia Valle angelegt. Ne, cool. Kennst du einen Song von ihm? Ja, ich kenn den. Kennst du ihn nicht? Ich schwöre ihn noch nie von ihm gehört. Du kannst auch kein Englisch. Alles gut. Ja, chill doch mal. Ach, die ganze 1 nach 7 da. Okay, nice, Digga. Nice, Digga. Alex next to it. Dieses Bum. Dieses Bum. Der Onkel. Ist gut? Let's go. Get my slap. I need two for the price of one. Slap at doors. Get that gun. Press gas on that petrol. Aber der hat nicht diesen UK-ekligen Akzent, ne? Gott sei Dank, Alter. Ich mag diesen UK-Akzent einfach. Digga, ehrlich. Ich sag dir ehrlich. Der geht nicht rein. So ist viel cooler so. Okay, irgendwie. Ich weiß nicht, Sam. Da hat der Jamaika-Akzent. Das war cool, jetzt war cool, ja. Jetzt war cool, Digga. Anfang war irgendwie nicht cool. Aber jetzt geht rein, Digga. Jetzt kann man sich das geben. Ja, jeder hat in seiner Area gedreht. Auch ganz entspannt, ne? Die Leute, jeder hat seinen Jungs. Der eine in Albanien, der andere in London. Ja. Kann man machen, Digga. Das ist ein gutes Lied auf dem. Das passt auf jeden Fall auch, ja. Schreibt dir mal, das ist der Stadion 4ZK in Moskau. Echt? Ist das gerade? Also ist das in Moskau gerade? Krass halt, okay. Ist gut. Ja, jetzt rappt der Albanisch, ne? Er ist auf Englisch auf Albanisch rübergegangen, Digga. Aber das war Cleaner. Jo, das war echt Cleaner rübergegangen. Man hat nicht gemerkt, dass er rübergegangen ist. Erstmal nicht kurz gedrückt. So bin ich das, Digga. Ah, nice, Digga, okay. Eeeh, Buhacima, Alter. Psychose, oder was, Digga? Oder irgendwo anders. Eine andere Galaxie. Aber okay, ist nice, Digga, ja. Ja, ist nice, Digga. Wir haben echt auch ein gutes Musikgefühl, Digga. Ja, richtig gut. Und Musikverständnis, ehrlich. Deswegen gehen die aus gutem Kühl. Albanische Musik ist krass. Ehrlich. Sie verstehen kein Wort. Aber albanische Musik, da gibt es auf jeden Fall viele Lieder, die sind da. Die sind einfach da, Digga. Ja, das ist auf jeden Fall ein wildes Ding, der ist sehr düster, ne? Schon blöd. Das war echt geil, Digga. 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 Daumen nach oben, denn nice song, alle drei waren eigentlich nice, es war am besten, weil er einfach on point war und Deutschland damit auch sehr gut repräsentiert hat. Wir haben auch cooler Vibe, hat alles. Ja, der war cool, die gar nicht gepasst, das ist cool, Alter.